Hallo, ich bin Old Tom Morris. Tretet heute mit mir ein in eine Welt, in der nicht immer alles nach den Regeln verlief. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die bis heute im Verborgenen liegt, eine Geschichte über einen Betrug beim Spiel. Es war eine Zeit, in der der Geist des Golfspots noch geformt wurde. Unter den Spielern, die die Fairboys und Grüns bevölkerten, gab es jene, deren Ehrgeiz sie auf dunkle Pfade führte. An einem Turnier kam es zu einem Vorfall, der die Grundwerte des Spiels erschütterte. Ein unbekannter Spieler, talentiert und doch verschlagen, sah sich in einer verzweifelten Lage. Sein Golfball war tief im Dickicht verschwunden, die Chancen auf eine erfolgreiche Runde schwanken. In einem Moment des Zweifels griff er zu einer List, er ließ heimlich einen weiteren Golfball fallen, täuschte die Entdeckung seines verlorenen Golfballs vor und rettete so seine Partie. Dieser Akt des Betrugs schien perfekt inszeniert, doch im Golfsport bleibt nichts lange verborgen. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Kunde von diesem Betrug. Empörung und Fassungslosigkeit ergriffen die ehrlichen Spieler. Dieser Vorfall war ein Schlag ins Gesicht des edlen Spiels. Doch aus dieser dunklen Stunde erwuchs eine neue Ära der Strenge und Gerechtigkeit. Die Regeln wurden verschärft, die Kontrollen intensiviert. Der Golfsport fand zurück zu seinen Wurzeln der Fairness und Integrität. Diese Geschichte, so dunkel sie auch sein mag, erinnert uns an die Werte, die den Golfsport ausmachen. Sie lehrt uns, dass wahre Größe auf dem Grün nicht nur in Schlägen, sondern auch in Charakterstärke und Ehrlichkeit liegt. Bis zum nächsten Mal. Dein Old Tom Morris 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 Dein Old Tom Morris